Beim besten Willen, das geht so nicht. Das ist ja, also, wirklich, das ist eine Farce. Das kann man so nicht machen. Und ich glaube, ich werde auch mal einen Torwart wechseln. Weil, ich meine, gut, wenn du so eine Legende dabei hast, dann musst du die auch reinbringen. Und ich glaube, ich bringe mal auch Pirlo, weil... Herr C. Roberto, der ist noch so fit. Der hat anscheinend nicht so viel Lust heute. Und dann wollen wir ihn natürlich auch, ja, nicht überstrapazieren. Selk'au zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Und zur nächsten Episode Old Star Time. Wir sind heute am Start mit einem Squad Builder und einer weiteren Episode dieser komplett ernst gemeinten und absolut nicht sarkastischen Serie hier auf dem Kanal, wo wir eventuell das beste Team in ganz FIFA spielen mit den besten Spielern in ganz FIFA in einem einzigen Squad vereint. Richtig, richtig, nices Konzept. Macht mega Bock. Und ich denke mal, auch heute werden wir den Gegner wieder ohne Wenn und Aber komplett zerstören. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dafür diese Serie, die ihr immer sehr gefeiert habt. Und ich kann das komplett nachvollziehen, denn sie ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Ihr seht es schon, das ist ein No-Links-Wasted-Squad, wie sich das gehört in dieser Serie. Und es ist ein Team, was wieder natürlich nur reife Spieler dabei hat. Nur Spieler, die wirklich einwandfrei Fußball spielen können, Erfahrung im Profibusiness haben und nicht so billige Lappen sind, wie beispielsweise, was willst du mit einem Neymar? Was willst du mit einem Groß? Die haben doch überhaupt keine Erfahrung. Wer ist Marco Reus? Den kennt doch keiner. Das hier, das sind die Spieler, die kennt man. Bei denen weiß man, an was man ist. Und deswegen spielen wir mit genau diesen und nicht mit diesen total überbewerteten Lappen, bei denen keiner versteht, wie die überhaupt dieses Rating haben können. Ich meine ganz ehrlich, was hat ein Neymar bitte gerissen? Hat der überhaupt ein Tor geschossen diese Saison? Ich glaube nicht. Bei der Copa America hat man noch nichts von dem gehört. Warum? Weil er scheiße gespielt hat. Ja, richtig. Und weil er vor allem auch dabei war. Ganz wichtig. Ja, ja. Egal. Schaut bei Instagram vorbei, schaut bei Twitter vorbei, schaut bei Snapchat vorbei, schaut bei IG World vorbei für günstige und sehr schnell und sicher gelieferte Münzenrabatt. Kommt, MaxGamerTV bekommt ihr 6% auf eure Bestellung. Ihr seht schon die legendäre Bank. Da haben wir Andi Köpke, den deutschen Torwarttrainer. Man weiß einfach, an was man ist. Er ist ein genialer Typ und deswegen sitzt er da. Adebayo Akinfenwa. Die Spritzigkeit in Person. Ich kenne keine Person auf diesem Planeten, die ein Sprintduell gegen ihn gewinnen würde. Und Andrea Pirlo in seinem besten Alter, in seiner absoluten Glanzzeit, momentan in der stärksten Liga der Welt. Und da zeigt er sein Können. Letztens, er ist ein Info bekommen. Und das natürlich aus dem einfachen Grund, dass er momentan besser drauf ist. Und sein Team auch besser drauf ist, als bei Juve, Mailand oder irgendwo jemals hätte sein können. Wir gucken uns das Team an. Wir haben im Tor Jiménez. Der ist momentan der Trendsetter im Thema Frisuren. Absolutes Biest natürlich mit seinen Werten. Richtig genial. Heiko Westermann. Wer kennt ihn nicht? Ich glaube, ich muss nichts sagen. HW4. Die legendische Städte. Der beste deutsche Innenverteidiger aller Zeiten. Wer ist Franz Beckenbauer, wenn man Heiko Westermann haben kann? Dann haben wir hier Almeida. Nicht Hugo. Nein. Besser. Leandro Almeida. 1,88 Meter. Geballte Power, was man auch an seiner brillanten 78er Füße sehen kann. Er ist noch relativ jung. Er ist bei weitem der jüngste Spieler in diesem Team. Mit seinen 29 Jahren eigentlich noch zu tun. Aber wir brauchten ihn, damit die absolute Legende hier auf volle Chemie kommt. C. Roberto. Weltfußballer des Jahres 2014 war es, glaube ich, das letzte Mal. Ich glaube, dieses Jahr war er nominiert. Wurde ganz knapp ausgestochen. Ich glaube, es war Emil Hesky. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mittlerweile knackige 42, nee, 41 Jahre ist er noch alt. Bald sein 42. Geburtstag. Und dementsprechend dann das absolute Nonplusultra. Auf dem Level wird man nicht, also das wird keiner erreichen. Das Level wird keiner erreichen. So stark wie C. Roberto. Es geht einfach nicht. Rechtsverteidiger Maikon. Auch den sollte man mittlerweile kennen. Man hat es in der Vergangenheit gesehen. Gareth Bale hatte damals keine Chance gegen ihn. Nordkorea hatte keine Chance gegen ihn. Niemand hat, wenn Kim Jong-un keine Chance gegen ihn hat, irgendeine Chance gegen Maikon. Rath auf der linken Seite. Auch ein Weltstar auf jeden Fall. Bei jeglicher WM seit dem Jahr 1980 dabei gewesen. Wurde 1981 geboren. Mit dem Mittelarbeitsraten Linksfuß. Er weiß, was er hat. Er wird auch der rumänische Roberto Carlos genannt. Dann haben wir hier Mitchell, der Klischee-Brasilianer. Man sieht an seiner Hautfarbe, an seiner Haarfarbe. Und natürlich auch an seinem Namen. Ein Meter 86, geballte Power. Und er ist eventuell der bekannteste in diesem Squad. Weil er momentan vor allem mit dem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird. Müssen wir mal schauen, was da so bei rumkommen wird. Raphael van der Vaart. Er liebt seine Frau abgöttisch. Niemals würde er jemals Hand an sie legen. Er hat die definitiv bessere Wahl getroffen, indem er jetzt die ehemalige Ehefrau seines Teamkollegen bangt. Und ich denke mal, wir alle wissen, was van der Vaart für ein absolutes Genie am Ball ist. Gerade was die Fitness und was die Laufbereitschaft angeht. Eine absolute Bereicherung für unser Team. Zentraloffensiv Dos Santos 1,90, 54 Tempo. Das heißt, dafür auf jeden Fall ordentlich schnell. Er kann sich durch die Verteidiger rumwienern. Man erinnert sich bei ihm, wenn man ihn auf dem Feld sieht, so ein bisschen an Ibrahimovic, was die Agilität und die Eleganz angeht. Einfach ein geiler Spieler. Und vorne dann das Sturmdur. Ich muss mich nochmal aufsetzen, es geht nicht anders. Das paraguayische Sturmduo Weltmeister 2006. Dazu Olympiasieger 2008. Weltfußballerwahl 2009 und 2010 standen sie jeweils unter den Top 5. Und jetzt sind sie in diesem Squad wieder vereint. Rocke Santa Cruz, der gerade erst diese legendäre Karte bekommen hat, die immer noch zu overpowered war. Ich meine ganz ehrlich, wenn du einem Spieler tatsächlich plus 28 Pace gibst, dann machst du die eigentliche Karte kaputt und die mit 49 sieht doch auch viel besser aus, oder nicht? Und auf der anderen Seite Nelson Aedo Valdez, gerade er für seine Robustheit bekannt, die ganze Karriere eigentlich durchgespielt und momentan bei den Cielos Saunas auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Nennt mir einen besseren Verein, bei dem er gespielt hat. Mir fällt spontan keiner ein. Santa Cruz, Malaga. Ich weiß nicht, ich glaube, der war irgendwann mal eigentlich ein besserer Verein. Nee, ne. Fällt mir jetzt nichts ein. Die Deutschen kennen den ja, der war ja bei 1860 München mal aktiv. Aber da ist Malaga ja auch deutlich besser, muss man so sagen. Das Team ist auf jeden Fall nice. Wir suchen einen Gegner, mal sehen, wie der damit klarkommt. Ich denke ja mal gar nicht. Und auch unser Trainer ist ein absoluter Youngster. Ich bin gespannt, was laufen wird. Unser Gegner ist gefunden. Und was hat er für ein Team? Ein Team bestehend aus Spielern, bei denen ich jetzt keinen wirklich kenne. Doch, Kyle Walker, den kennt man. Der ist relativ bekannt. Ansonsten kommt mir jetzt auf den ersten Blick keiner wirklich bekannt. Vor Chemie ist auch nicht so gut. Also ich dachte, die EA bringt uns mal einen richtigen Gegner. Aber anscheinend wird das nichts mehr dieses Jahr. Und vor Aufregung, wenn ich solche Spieler sehe, wie Ceroberto auf dem Blatt, muss ich nochmal einen Schluck trinken. Es geht nicht anders. Bei diesem Wetter ist Trinken eigentlich total lebensbedrohlich. Aber was willst du machen? Kleine Schlückchen geht immer. Marco Reus. Oi, 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 oi. Die erste Chance und natürlich Abseits. Wir wollen sie wieder spielen lassen in der Anfangsphase. Aber treffen wollen wir sie natürlich nicht lassen. Labber doch nicht rum. Die Maria. Jetzt dürfen hier schon Frauen mitspielen oder was? Also ganz komisch. Oh, Nelson Valdez mit spielender Leichtigkeit in den 16er hinein. Und dann verlässt ihn da so ein bisschen die Arroganz. Ich meine, wir kennen es ja. Wir wollen nicht, dass die Gegner direkt keine Lust mehr haben, gegen uns zu spielen. Hier auch Vidal. Mit dem Ball jetzt wieder auf Reus. Mal sehen, ob man da irgendwas machen kann. Ja, hier, ja. Das ist halt... Almeida ist halt noch zu jung und zu... Ja, hier sieht man es. Hat er nochmal zugerufen bekommen, auch wenn es erst den Freistoß gibt. Er ist zu unerfahren, um zu wissen, dass man den jungen Leuten nochmal den Spaß lassen muss. Oder den unerfahrenen Leuten. Weil sonst können die sich ja auch nicht entwickeln. Und das ist ja... Das ist ja total bescheuert dann. Dann haben wir ja irgendwann den Fußball nicht mehr. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss Almeida echt gleich mal auswechseln. Vielleicht Akin Fenwar bringen, weil... Ich meine, wenn ich den jetzt schon den Spaß nehme. Hier, weil das macht das genau richtig. Geht nicht richtig rein. Versucht es gar nicht erst richtig. Aber wenn ich sehe, wie Almeida denen den Spaß nimmt, bevor der Gegner gleich rausgeht. Ach, Shakespeare hat er auch dabei. Das ist ja mal eine Sache. Boah, da zeigt der Klischee-Brasilianer eiskalt seine Klasse und tunnelt den Gegner. Ja, und dann haben wir wieder die Erfahrung vorne. Es ist super, wie es momentan läuft. Van der Vaart jetzt hier auf See Roberto. Und der kann natürlich... Also das ist der eine Spieler, von dem ich nicht erwarte, dass er zurücksteckt. Weil der ist halt einfach zu gut. Der muss alles zeigen, was er kann. Jetzt Rocke, Santa Cruz. Der zeigt es wieder. Das finde ich gut, dass er da wirklich in der Situation die Übersicht behält. Und dem Publikum den Ball zuspielt. Der Junge hatte die Arme wirklich sehr weit oben. Man hat gesehen, dass er den haben wollte. Und dann kriegt er natürlich auch in diesem Benefit-Spiel hier. Ich glaube, ich muss ihn wirklich auswechseln. Es geht so einfach nicht. Jetzt der lange Ball auf Rocke, Santa Cruz. Ah, vielleicht macht er jetzt sogar doch mal das Tor. Wer weiß, ob er da jetzt... Nee, nee, nee. Aber ich glaube, das hat er... Nee, wobei, ein Unvermögen kann es ja nicht gelegen haben bei Rocke, Santa Cruz. Das passt ja zu diesem Reus. Da vorne haben wir ja gerade schon ein paar Mal gesehen. Ist übrigens ein Benefit-Spiel, wenn ihr euch das fragt nochmal. Das haben wir ja noch nicht wirklich thematisiert gehabt für Wiesenhof. Dafür, dass mehr Betriebe auf diese artgerechte Haltung umsteigen. Weil gerade bei Fußballern ist ja gesundes Fleisch relativ wichtig. Deswegen ist ja Wiesenhof so extrem groß im Fußball vertreten. Und gerade auch Hähnchen ist ja sehr beliebt. Und deswegen, ja, man sieht es ja auch an der Rasenfläche wie Wiesenhof. Man will einfach dafür werben, dass mehr Konzerne so einwandfrei und so, wie soll ich sagen, artgerecht halten wie Wiesenhof ihre Hühner. Schweine waren es, ne? Entschuldigung. Schweine natürlich bei Wiesenhof. Ui! Die Frau auf dem Platz macht das Tor. Ja, da sieht man auch, warum die Spieler nicht angreifen. Aber irgendwie sieht die Maria doch ein bisschen mehr aus wie der Mario. Ich weiß nicht. Aber natürlich auch gut gemacht von Ciroberto. Den Spaß da wieder gelassen, schön durchgelassen. Finde ich gut. So muss das jetzt weitergehen. Immerhin schon mal das erste Tor für die artgerechte Känguru-Haltung bei Wiesenhof. Ja, ein bisschen was zeigen will man ja auch. Rocker Santa Cruz. Das sind schon die technischen Finessen, die du nur hast, wenn du aus Paraguay kommst. Das ist gar keine Frage. Also, ich kenne jetzt keinen Fußballer, der das gerade mit so einer spielenden Leichtigkeit und so einer Eleganz vor allem und auch filigranität gemacht hätte. Genau wie dieser Tunnel hier gerade von Ciroberto. Der aber natürlich dann auch als logische Konsequenz gleich wieder beim Gegner landet, weil sonst wäre ja, das ging ja nicht. Sonst wäre ja zu große Demütigung. Ui, jetzt kommt mal Dos Santos. Ja, gut, man will sie natürlich noch nicht komplett vorführen lassen, aber da lassen wir dem Torhüter auch mal die Gelegenheit, sich zu beweisen. Man will ja auch, dass die sich auszeichnen können. Die arme Sau steht da hinten ja nur drin und muss bisher nicht wirklich eingreifen. Ciroberto hier auch direkt den nächsten Kopf abgeschossen. Ja, von Di Maria. Anscheinend hat Ciroberto ein bisschen, weiß ich nicht, keine Lust drauf. Ja, und das war eine gute Klärungstat von Michel. Hat er gut gemacht. Fünf Zweikämpfe gewonnen. Nee, das geht einfach nicht. Beim besten Willen, das geht so nicht. Das ist ja, also wirklich, das ist eine Farce. Das kann man so nicht machen. Und ich glaube, ich werde auch mal einen Torwart wechseln. Weil ich meine, gut, wenn du so eine Legende dabei hast, dann musst du die auch reinbringen. Und ich glaube, ich bringe mal auch Pirlo, weil Ciroberto, der ist noch so fit. Der hat anscheinend nicht so viel Lust heute. Und dann wollen wir ihn natürlich auch, ja, nicht überstrapazieren. Ja, da sieht man schon. Anscheinend hat halt diese gewisse Klumpenhaftigkeit und nicht vorhandene Ballkontrolle, die du als Innenverteidiger brauchst. Weil im modernen Fußball geht es halt nicht, dass du als Innenverteidiger schnell bist. Du musst robust sein. Du musst einfach die Körperstärke haben. Und die meisten Teams spielen ja immer noch über Flanken. Und dementsprechend ist halt einfach dieser massige Körper. Das, was momentan in der Zeit am wichtigsten ist. Sieht man auch immer wieder an Fußballern wie, wie heißt der denn nochmal? Kevin Prinz-Boateng. Welches war der Deutsche? Ich glaube, das war der Deutsche, ne? Der beispielsweise ja überhaupt keinen Fußball spielen kann. Aber halt einfach so ein unbeweglicher und, ja, langsamer Klotz ist, dass er momentan vielleicht, ja, mit zur Elite gehört. Zumindest in der Bundesliga. Aber das ist halt auch keine Liga, wo du irgendwie sagen kannst. Das ist ein Niveau, was du mit Weltklasse von beispielsweise der zweiten spanischen Liga vergleichen kannst. Oh, das ist natürlich jetzt... Ah, Mann, hätte ich den mal besser nicht eingewechselt. Also Santa Cruz da außen fand ich schon grenzwertig. Aber wenn Pirlo jetzt sowas macht... Ich kann halt nicht wieder auswechseln. Aber das ist halt... Muss ich ihn nochmal zur Brust nehmen, weil das war halt nicht der Plan. Und so sollte das halt eigentlich hier auch nicht passieren und vonstatten gehen. Aber immer noch bei Wiesenhof Stiftung noch was Gutes getan. Und jetzt Rad auf Valdez. Der weiß, er steht im Abseits. Deswegen spielt er da gar nicht ernsthaft weiter. Und lässt Tschechien nochmal fliegen, damit er, ja, für die Zuschauer noch was zeigen kann. Muss seinen Arm ja auch pushen, den kennt man ja nicht. Ich finde es gut, dass sie die Verbindung jetzt zum Spielende hin hier deutlich und spürbar verbessern. Weil so macht das Ganze natürlich auch für die Spieler mehr Spaß. Und jetzt sehen wir da wieder Shakespeare aus. Und irgendwie, der scheint ein bisschen lange in der Sonne gelegen zu haben. Weiß nicht, was mit William los ist. Seht ihr, und das ist diese Robustheit, von der ich sprach. Ausgebildeter Innenverteidiger. Das ist halt einfach besser als ein Mailer, der noch nicht so wirklich weiß, was er machen soll mit seinen Qualitäten. Ja, da war gerade Santa Cruz gelaufen. Aber wir haben es ja gesehen. Das war wieder so eine typische Pirlo-Aktion. Er will den Ball da nicht wegschlagen. Und das ist eine typische Köpke-Aktion. So macht man das. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. 89. Minute. Ansonsten hat er sowieso den Ball gleich sich selbst ins Tor gestellt. Aber so sieht es zumindest aus, als hätte er ja nicht gewollt, dass sie das Tor schießen. Das ist vielleicht nochmal für die eigenen Fans, beziehungsweise für die Gage am Ende besser. Aber für den Moment ist es ja im Endeffekt egal. Das Tor wäre sowieso gefallen. Das Eigentor wäre sowieso erzielt worden. Und von daher passt das alles. Gar kein Problem. Ich denke jetzt auch mal, dass das Spiel gleich vorbei sein wird. Der Schiedsrichter wird auch nicht mehr lange spielen lassen. Ich denke mal, der sieht, dass die Spieler auch keine wirkliche Lust mehr haben. Wenn man das mal sieht hier, keine Angriffsbemühungen mehr wirklich. Das ist langweiliger Fußballträge nach vorne vorgetragen. Und von daher, ja, reicht auch. Ja, Waldes nochmal. Schön nochmal den Torhüter ein bisschen gepusht. Nochmal eine Ecke. Und dann ist jetzt auch durch. Jawohl. Ja, schönes Benefidenspiel würde ich sagen. Wir haben drei Tore für Wiesenhof und ihr frisches Emu-Fleisch gesehen. Ich hoffe wirklich, dass die Tiere in Zukunft genauso artgerecht in allen möglichen Betrieben gehalten werden. Und nicht nur bei Wiesenhof, die dafür ja bekannt sind. Von den Spielern kenne ich jetzt weiterhin keinen. Aber ich habe mir ein paar Namen gemerkt. Der Mario. Der Mario. Ja, genau. Ne, die Maria. Ja, aber er sieht aus wie der Mario. Deswegen der Mario. Wie hieß der andere? Reus. Ich glaube, Reus hieß er. William Shakespeare war auch dabei. Und Alaba da nicht rum. Pirlo, mit dem muss ich nochmal ein herzliches Wörtchen reden. Weil so geht es natürlich nicht. Aber ansonsten war das wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich denke mal, den Zuschauern hat es auch gefallen. Wir sehen hier auch, ja, das Stadion komplett ausverkauft. Beste Stimmung. Die Ultras zünden da hinten. Ihr seht die ganzen Feuerwerkskörper fliegen. Das war, würde ich sagen, nochmal, denke ich, ein schönes Spiel. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dafür auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Da würde ich sagen, die Spieler haben sich das auf jeden Fall verdient. So, und damit sind wir jetzt wieder nicht sarkastisch. Das war es von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei den Social Media Links vorbei in der Videobeschreibung. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr sowas sehen möchtet. Eventuell auch mal mit anderen schlechten Teams oder sowas. Oder mit anderen Teams oder mit richtig guten Teams. Aber trotzdem sarkastisch sind. Und sagen, wie schlecht sie sind. Egal, was sie machen und so weiter und so fort. Das war quasi den Gegner gut reden und selber gut spielen oder irgendwie sowas. Alles ist ja möglich. Ich hätte übrigens wirklich ein Eigentor noch gemacht mit Köpke. Hätte dann gesagt, das ist die Routine als Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft. Weiß man einfach, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Dass man den Gegner nochmal ein bisschen aufbauen muss. Und ich denke auch so ist es ganz gut gekommen. Weil es sah irgendwie nicht ganz freiwillig aus. Und das war vielleicht nochmal ein bisschen cooler für den Gegner und für das Ego natürlich. Das war's. Ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Parke, bis zum nächsten Mal. Passt aber auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.